Wir machen Frösche-Massaker. Richtiges Massaker. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist ein völliges Sylvester. Es ist eine völlige Eskalation hier. Ich bin gerade ein bisschen vom Licht geblendet, deshalb sehe ich nichts. Aber ich glaube, ihr hört das. Ich habe ganz viele Sachen vorbereitet, aber ihr werdet auch ganz, ganz viele andere Sachen hier jetzt im Laufe des Videos sehen. Ich wünsche euch schon viel Spaß und lasst auf jeden Fall ein bisschen Feedback da. Wir fangen mal an mit kleinen Sachen. Achso, und nicht wundern, hier werden auch Sachen geschossen, die nicht für jeden legal sind. Aber das wird hier nur von denen gezogen. Wir starten mal hier mit den ganz kleinen Sachen. Was haben wir denn hier so? Doppelknall, paar Bomben, kleine Böller, was? Darf ich zünden? Ja, du darfst. Oh, genau. Der gute Apple Explosion wird ein bisschen zur Hand gehen. Jetzt machen wir mal ordentliches Licht, ne? Ja. Okay, dann fangen wir an mit dem XP3. Ja, genau. Erstmal so kurz. Wohin, wohin? Wow! Ah! Geil! Okay, wir müssen ein bisschen entgegenhalten. Ja, ist so. Jetzt kommt hier ein Cobra Mini mit Schwarzpulver drin. Boah, Alter. Noch einer. Bam! Okay, 2.0. Ja. Lass erstmal das Röder-Teil machen. Titan-Salut. Oh, oh, oh. Oh! Schlecht. Ja. Doppelknall? Ja, Mann. Doppelknall. Wow! Oh! Verdammt, ich hab gedacht, das ist so ein... Ja, das ist das Problem. Ostenblitz und oben. Ja, mal kurz für zwischendurch. Oh! Ja, komm, wir machen bei uns weiter. Double Power. Double Power, Junge! Jetzt geht's ab. Hey, jetzt wird Feuer tapft. Da, 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 da. Und! Wow! Ey, nice, Mann. Und der andere. Obwohl, ne, die sind beide oben gelb. Kasse. Was? Sprengung? Hahaha. Alter! Hier, nächster Artikel. Sind jetzt die Putnik-Bautenrohre von Leslie. Auf jeden Fall große Teile. Jetzt haben wir quasi die rote Version. Boah, die fliegen halt doch einfach so weit, ey. So mächtig hoch. Gelbe Version. Rote Zündschnur haben die. Witzig. Boah, rauere Version. Ob sie denn noch so gut sind. So, Jörg ist ja auch hart am zünden. Crackling-Birds haben wir jetzt. Nein. Nein. Aber hier, die Bienen haben die Klaas. Oh, ne. Krass. Das ist halt. Felix, dann hol ich die eben, ja? Achtung! Volk! Funkegeräte. Tornado-Wirbel. Boah, herrlich. Witzig. Ah, die Dinger machen einfach Bock, ey. Boah. Zwei. ... Witzig, dann da kommen. Umblaublich. Zwei. Ja, zurück. Gerade hab ich mal Glück gehabt. Markus, dürfen wir deinen Ständer gleich benutzen? Hey, Nico, du kennst dich mit meinem Ständer gut aus, du kannst ihn gut benutzen, das wirst du mittlerweile. Selbstverständlich kannst du meinen Ständer benutzen. Oh, wir sind dran. Jetzt darfst du meinen Ständer dran. Oh yeah. Wir haben hier einen bunten Strauß von Funke, von Veko, also wir starten hier mit so einer ganz kleinen Leslie-Rakete nochmal. Yeah, super günstig, aber gar nicht schlecht. So, jetzt geht's schon an die Funke-Raketen. Das war Sirenen-Rakete, oder? Ja. Ja. Als nächstes tolle Lola. So, erstmal tolle Lola. Die ist super laut. Oben hört man gar nicht mehr. Dann haben wir jetzt wieder Funke-Sirenen-Raketen. Ohren zu. Ohren zu. Nochmal. Ja. So, und jetzt noch die Hammer-Rakete. So, jetzt haben wir hier noch so ein paar Diabolos. Kleine JR4 und JR8. Fangen wir mit den kleineren an, würde ich sagen. So. Ein ganzer Strauß mit zwölf Paketen. So. Drei Stück. Vier. Boah. Perfekt. Da haben wir eine gelbe und eine blaue und eine grüne und eine rote. Voller Körper einsatz. Ja, haben wir nochmal lila, gelb und rot. So, jetzt nehmen wir mal die Größe drin. Ein lila, blau und gelb. Ja, kein Schreif mehr. Boah, die zweite war gut. Gelb, rot und rot. Okay. Orange und grün und zieler. Ja. 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 Ja, ist aber gut. Ja, ist aber gut. Bestimmt, fühle mich nach dran. Boah, Alter. Sorry. Ich stehle die ganze Zeit mit dem Auge, ne. Vorsicht, mein Big Boy. Boah. Ja, ist da was? Einmal eine Lippe. Irgendwie so ein dickes Ding. Boah. Hey. Wenn du so weit, dann mach ich ja. 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 Sehr geile Digga. Moskitos. Oh oh. Guck mal hier. Liegt einfach auf dem Boden. Echt? Ja. Hier liegt alles. Du brauchst nur vom Boden aufreden. Ja, was... Hier, guck mal. Ja, guck mal hier. Guck mal hier, guck mal hier, Nico. Guck mal hier. Guck mal hier. Überleg irgendwas rum. Wir machen jetzt einen Fröschematzweiger, okay? Okay. Aaaaah! Aaaaah! Guck mal, richtiges Massaker. So, Moskito. Hast du das hier auch grad wieder gefunden oder was? Ja, ja. Also hier einfach eine ganze Küste mit irgendwelchen Kubis. Nochmal Benzin. Oh. Ja, Achtung. Immer noch ein Stück weiter zur Rückseite. Drei, zwei, eins. Alter. Hammerhart. Kein Wunder, dass die hier stehen. Du kriegst die Kappen nicht ab. Alle nicht? Nein! Das geht nicht. Die sind rangeklebt. Digga, guck mal. Scheiße. Du kriegst die nicht ab. Versuch mal eine Kappe abzumachen. So, Leute. Wir haben uns jetzt hier so ein paar Batterien rausgesucht. Zum Schluss doch natürlich. Das muss natürlich. Proud and loud. Aber wir fangen mal mit den kleinen Sachen an. Lass uns hier mal mit der Evolution Fireworks Cracker Jack. Fertig. Und los. Das war cool. Einmal umgefallen. Und wieder hingestellt. Wolltest du erst Lampedusa machen? Ja, genau. Jetzt Lampedusa. 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 Was hast du das hier? Das ist die Päusen. Eine Päusen. Wow. Die Päusen. Sollte Hotter! Hotter! Oh yeah! Hier ist rund! Evil Fly! Wird jetzt hier immer besser eingebaut, das Ganze. Ja, ja! Läuft! Hey, cooler Aufstieg! Da wurde in der Athlete eingeschossen gerade. Vier Stück haben wir noch. Machen wir erstmal hier. Immer schön an die Sicherheit denken. Das ist richtig. Hat sich verbrannt. Oh! Oh, wie süß! Wir machen erstmal die Fly-MC-Effekte. Wir machen erstmal die Fly-MC-Effekte. Oh, der feuert... Der ist sehr schön edel. Okay! Sehr nice! Sehr nice! Junge, hier kommt das Gold runter. Junge, hier kommt das Gold runter. Junge! Ich habe gerade noch hier dieses Teil in die Hände bekommen. Drei Schlag Goldweide. Schauen wir doch mal, was das denn kann. Den kann! Heiko! So! Format C. Das ist nochmal eine ziemlich ruhige Batterie. Format C. Ich bin mit Fisch in die Augen. curiosity, die sind noch wichtig. Ok, ich habe jetzt ein paar Wörter. Ich habe jetzt schon geändert... Ich habe alles manipulated ein Dr. Ich habe mit Fisch in die Arbeit gehalten. Ich habe ihn mit Fisch in der Arbeit enorme gehalten. Das ist immer noch einfacher. Ich habe nicht in der Luft gewissen, In der Luft gewissen! Die Luft gewissen! Ich habe alles vor mir. Ich habe das mit dem Handeln! Ich habe das mit dem Handeln, Jaaa! Korolla blööööö! Ja bitte! Jaaa! Heftiger Scheiß! Niko seine Ehrenbatterie! Raun und Laun! Also Leute! Lieb Spaß an sich jetzt da! Jetzt geht's los! Niko seine Ehrenbatterie! Und das Gold steht! Jaaa! Das wisse! Ja Leute! Das war's! Ich bin der Bröller-Tour! Ich hoffe, es hat euch gefallen! Hier geht's noch ein bisschen weiter! Ein paar Tage Silvester! Yeah! Auch vielen Dank an Jörg! Auch so ein bisschen Danke an... Apple-Explosion! Vielen Dank fürs Zuschauen! Lasst Feedback da! Und bis dann! Und haut rein! Das war's! Das war's!